Burkhard Krassmann, wir sind hier bei Burda in München in der Arabella-Straße. Wir wollen reden über Erfolg, Misserfolg, Zukunft von Verlagsgeschäften, Zukunft des Anzeigenverkaufs. Sie sind so erfolgreich in Ihrem Job, dass ich Sie fragen darf, was war Ihr größter Misserfolg? Man hat ja immer auch mal Misserfolg. Der größten, würde ich tatsächlich sagen, war 2003, da war ich Vorstand bei T-Online im Telekom-Konzern. Wir hatten gerade gelauncht Musicload, man muss sich vorstellen, vor 16 Jahren von heute. Das erste so digitale E-Commerce-Produkt in Sachen Musik. Die Musikindustrie war gerade überrollt worden von dieser ersten Welle der Digitalisierung. Und wir hatten mal ganz bewusst damals uns von dem Magenta-Ton der Telekom gelöst und Musicload auf den Markt gebrannt in einer eigenen kleinen, quasi wie Start-up spielenden Abteilung. Und waren auch extrem schnell sehr erfolgreich gewesen. Hatten 2003 relativ zügig 250.000 Downloads pro Monat. Und hatten nach einer doch schon relativ zügigen Zeit von mehreren Monaten eine Million pro Monat geknackt an Downloads. Und waren damit damals, man mag es kaum glauben, Marktführer in Deutschland. Vor Apple? Vor Apple, vor iTunes. Die dann auch sanft sondierten, ob man nicht was zusammen machen könnte. Und irgendwann hat er dann aber der Telekom-Konzern entschieden, da das natürlich ein Invest-Case war, der nur funktioniert, wenn man entsprechende Skaleneffekte realisiert, wenn man die Musikindustrie als Freund hat und darauf setzen kann, dass die Content-Kosten sinken und gleichzeitig natürlich, dass man internationalisiert. Und da hatte die Deutsche Telekom Muffensausen bekommen und uns eigentlich den Geldhahn zu früh zugedreht. Und ich habe das damals als großen Misserfolg empfunden. Aber Sie wollten eigentlich weitermachen? Ich wollte weitermachen, ja. Ich war nun der Produktzustand, der Produkt- und Marketingvorstand. Aber ohne das notwendige Geld oder Kleingeld können Sie so ein Geschäft dann nicht weiterentwickeln. Und dann hat man es halt lieblos nicht verkauft, sondern noch ein bisschen weiter betrieben. Aber so ein Geschäft, was so schnell wächst, müssen Sie halt dann auch mit der entsprechenden Liebe betreiben und Nachdruck. Das ist zumindest auch das, was ich daraus gelernt habe. Dass man bestimmte neue Themen nur machen kann, wenn man a. über die notwendigen Investitionsmittel verfügt, die einen Durchhaltewillen auch tatsächlich mitbringt. Und auf der anderen Seite halt Mut und Kampfgeist dabei hat, so einen neuen Markt auch erobern zu wollen. Dann fehlte es der Telekom an Mut und Kampfgeist. Ist das besser bei Burda? Sind Sie deshalb auch über einen kleinen Umweg zu Burda gekommen? Ja, ich will mal sagen, über den Mut und Kampfgeist verfügte sozusagen wir als operative Einheit mit den Kolleginnen und Kollegen von Musicload durchaus. Der Konzern als Geldgeber hatte nicht den Durchhaltewillen und die Investitionsmittel. Und dann können Sie noch so viel Mut und Kampfeswillen haben. Dann siegen Sie halt nicht. Okay, wenn Sie heute nochmal so ein Case hätten, was würden Sie da machen? Ja gut, man muss sich vorher fragen, bevor man so etwas tut. Und bin ich ja auch nur angestellter Manager und nicht Eigentümer dieses Verlages. Deshalb ist es dann wichtig, mit denjenigen, die über die Investitionsmittel verfügen, sehr intensiv darüber zu diskutieren, wie lange kann man was machen, um auch ein solch langfristiges Engagement dann einzugehen bei neuen Investitionen, damit einem halt das nicht wieder passiert. Und das Schlimme ist ja, wir hätten Erfolg haben können. Zumindest denkt man das jetzt so retrospektiv, wären diese vier Faktoren zusammengekommen. Und das ist das Schöne bei Burda, dass wenn man sich entscheidet für irgendetwas, in der Regel auch genau diese vier Faktoren gegeben sind. Jetzt haben Sie natürlich sehr geschickt geantwortet auf die Frage nach dem persönlichen Misserfolg, weil eigentlich war es ja nicht Ihr persönlicher, sondern es war der Fehler der Telekom, da nicht weiter zu investieren. Ich habe aber gelesen, dass Sie auch mal, gerade in Sachen Musik, einen sehr persönlichen Fehler gemacht haben. Das habe ich nämlich in der Touri 2, Edition Nummer 6 gelesen, dass Sie mal eine tolle Schallplattensammlung hatten und die komplett auf den Müll geschmissen hatten, als Sie dachten, alles wird digital oder CDs. Da haben wir was gemeinsam. Ich habe es nämlich genauso gemacht. Ich habe auch 100 Platten Pink Floyd, Bob Dylan, Genesis weggeschmissen, weil einfach die CDs kamen. Waren wir zu Fortschrittsgläubig? Haben wir den Faktor Nostalgie unterschätzt? Ich glaube tatsächlich. Obwohl ich auf der anderen Seite immer sage, es gibt kein Medium, was ersatzlos überholt worden ist, wenn man sich das heute anschaut, die unterschiedlichen Mediengattungen. Fernsehen hat nicht Radio abgelöst, ganz im Gegenteil. Wir haben vorhin ja auch mal schon darüber gesprochen. Radio ist ein nach wie vor spannendes Geschäft für viele. Und Fernsehen hat es eben nicht abgelöst, sondern jedes Medium muss für sich eine Berechtigung haben. Dann wird es auch im zukünftigen Mediennutzungsverhalten der Menschen eine Rolle spielen. Und ich habe tatsächlich nicht daran geglaubt, dass Vinyl nochmal eine Renaissance erlebt, sondern ganz klar auf die CD gesetzt. Ja, großer Fehler tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, ob es Ihnen dann so ging wie mir. Man hat eigentlich seine Lieblingslieder dreimal gekauft. Einmal als LP, dann als CD und später dann bei iTunes. Und jetzt ist eigentlich alles sinnlos, weil ich zum Beispiel mit der 10-Euro-Flat da von Apple Music auf alles zugreifen kann, sind wir dann die Opfer vom Fortschritt, wenn wir alles dreimal kaufen müssen. Schwupps, da ist was runtergefallen, macht nichts. Wir reden weiter. Ja, ich glaube, das ist der Preis, den man dafür bezahlt. Aber man lernt ja auch ein bisschen daraus, nicht vorschnell in Zukunft zu handeln. Es gibt ein anderes Thema. Ich bin mit einer Literaturwissenschaftlerin verheiratet. Wir haben viele Bücher zu Hause und wollen beide gerne lesen. Und mittlerweile stellt man natürlich alles in die Regale, in die zweite Reihe. Und ich denke manchmal, das müsste mal wieder erfunden werden, dass irgendjemand mir all diese Bücher digitalisiert oder die Erlaubnis erteilt, diese Bücher, die ich einmal bezahlt habe, digital nutzen zu können. Weil auf der einen Seite liest man natürlich gerne oder ich lieber mit diesem haptischen Vergnügen auf der anderen Seite zum Mitnehmen und mal zu gucken, in der Buchhandlung habe ich das Buch eigentlich oder wir segeln auch, das ein oder andere Mal auf See zu sein, alle seine Bibliothek dabei zu haben. Da würde ich mir wünschen, wenn die Digitalisierung auch von bereits physisch vorhandenem Material möglich wäre. Da warte ich noch drauf. Sind Sie denn generell ein Fortschrittsumarmer oder auch so ein bisschen Einlustrag? Na ja, Dritte sagen ja immer gerne, der Grasmann ist so von einem ungebremsten Optimismus geplagt. Das stimmt schon. Und wenn man so optimistisch in die Zukunft guckt, dann ist man logischerweise auch fortschrittsgläubig. Ich glaube nur, dass wir diesmal das erste Mal in der Menschheitsgeschichte durchaus an einer Schwelle zum Fortschritt stehen, wo wir mit künstlicher Intelligenz und Co. vor große Herausforderungen gestellt werden. Wo ich heute noch nicht für alles eine Lösung sehe. Insofern, vielleicht liegt es an meinem Alter oder aber an der tatsächlich nüchtern einzuschätzenden Gesamtsituation der Menschheit und ihrer Entwicklung, dass man schon die ersten Ansätze von Nostalgie zumindest bei mir manchmal raushören könnte. Sie sind Kieler und Segler. Im Privaten sind Sie dann auch gerne mal offline auf dem Schiff. Wie digital geht es dazu? Ja, also, gut, ich meine, heute sind Sie auf so einem Segelboot natürlich auch von der Digitalisierung umarmt. Funktioniert kaum noch etwas, ohne dass Sie sich digitaler Hilfsmittel wie ein Plotter, also ein Navigationssystem, auf dem Wasser bedienen. Alle Anzeigen sind logischerweise auch digital, wenn Sie Tiefenmesser nutzen oder Windmesser. Aber Wind, Wellen, Luft, das Salz ist weiter... Das ist glücklicherweise analog und bleibt auch so. Und das ist tatsächlich auch der einzige Ort, wenn man dann die Küste weit genug entfernt hinter sich gelassen hat, wo man dann tatsächlich mal online beerdigen kann. Man ist dann eigentlich nur noch online, wenn man das Satellitentelefon nutzt, aber das ist ja eigentlich nur für den Notfall vorhanden. Und das ist dann tatsächlich ein gutes wie schlechtes Gefühl, weil wir alle wissen, in dieser schnelllebigen Zeit, man guckt natürlich auch gerne regelmäßig auf sein Handy oder sein iPad, um zu gucken, welche E-Mails sind gekommen, um am Nabel der Informationsflut weiterhin teilzuhaben. Und dann bin ich auch manchmal wieder froh, wenn ich in den Hafennäher komme und dann die E-Mails reinkomme. Und so gleich enttäuscht, weil man ja weiß, dass man jetzt wieder arbeiten muss. Und trotzdem ist es natürlich ein schönes Gefühl, mal zu sagen, ich bin jetzt einfach off. Weil im tagtäglichen einerlei müsste man ja alle Geräte abschalten, um off zu sein. Und jetzt behaupte ich mal, man könnte es, aber man tut es ja in der Regel nicht. Kommen Sie denn überhaupt noch zum Segeln? Weil Sie haben ja zwei Jobs bei Burda. Sie sind schon längere Zeit Verlagsgeschäftsführer Burda News. Da sind Titel drin wie Fokus, TV-Spielfilm, Playboy. Sie sind jetzt aber auch seit anderthalb Jahren, glaube ich, oberster Anzeigenverkäufer-Chef des BZN Burda Community Network. Hat Ihr Tag, haben Sie irgendwie einen Trick rausgekriegt, dass der Tag bei Ihnen 25 oder 26 Stunden hat? Oder wie schaffen Sie zwei volle Jobs? Es ist nett, dass Sie fragen. Also ich vor etwas über zwei Jahren halt auch diese zweite Funktion beim Anzeigenvermarkter übernehmen durfte, übernehmen musste. Er schrieb mir ein guter Freund und sagte, Burkhard, auch für Dich gilt das Zeitkontinuum. Einstein hat es ja nicht bewiesen, dass man es nicht überwinden kann. Ich habe damals scherzhaft geantwortet, ich würde jetzt mal versuchen, das zu überwinden. Ist mir natürlich auch nicht gelungen. Und es ist tatsächlich manchmal etwas überbeanspruchend, wenn man so zwei zeitintensive Aufgaben hat. Aber ich habe ja das große Glück, und so hat mich Herr Welte damals auch mal eingestellt, als ich auf seiner Frage, ob ich Lust hätte, zu Borda zu kommen und die Borda News mitzuführen, gesagt hatte, dass ich eben keine Verlagshistorie habe, ob das denn nicht ein Handicap sei. Und er betonte damals, du hast ja auch genügend Kolleginnen und Kollegen im Verlag, die das Geschäft perfekt beherrschen. Und so ist es glücklicherweise sowohl im BCN als auch bei mir im Verlag, dass wir viele Kollegen haben, die einfach das Geschäft sehr gut beherrschen. Und ich ja nicht alles alleine machen muss zum Glück, sondern man durch die üblichen Prozesse, Organisationen und die richtigen Kollegen am richtigen Platz das dann durchaus bewältigen kann. Sie sind praktisch Quereinsteiger gewesen ins Verlagsgeschäft, weil Sie waren im Vorstand von T-Töchtern von der Telekom. Sie waren dann bei Payback mehrere Jahre und dann sind Sie ins Verlagsgeschäft gekommen. War dann alles neu oder haben Sie vieles gekannt und haben Sie ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, hier im Verlagsgeschäft, ihr seid echt hinten dran? Ja, ich habe ja auch schon mal an anderer Stelle gesagt, ich wollte immer gerne schon mal Zeitschriften machen und verlegerisch arbeiten, weshalb ich mich auch nicht habe lange bitten lassen, sozusagen diese Aufgabe zu übernehmen. Bereue das auch bis heute nicht. Das ist eine faszinierende Branche mit vielen tollen Leuten. Man arbeitet hier anders als in anderen Branchen, sicherlich viel offener, viel kommunikativer miteinander, weil Kommunikation auch nur ein Sinn und Zweck des Geschäftes ist. Sicherlich hat man mit der einen oder anderen Herausforderung, die durch die Digitalisierung einfach auch uns erreicht hat, zu kämpfen. Vielleicht auch manchmal damit zu kämpfen, dass man das ja wahrhaben muss, um eine Antwort zu finden. Das fällt vielen natürlich auch manchmal auch in unserer Branche noch schwer. Aber A, habe ich es nie bereut und B, muss ich sagen, ich habe auch kaum anderswo so viel Freiheit gefunden, neue Dinge auszuprobieren wie hier. Und das meine ich mit der Weltoffenheit, die in einem Verlag, aber insbesondere natürlich bei Burda herrscht. Das ist schon einfach toll. Ich glaube auch, dass es mir geholfen hat, dass ich ein Quereinsteiger bin, weil man einfach anders auf die Dinge guckt. Und ich glaube, dass ein Großteil der Innovationen, die wir heute machen, gerade deshalb stattfindet, weil wir ja nicht immer sagen, Innovation kann nur immer Print sein, sondern dass wir halt über den Tellerrand hinaus gucken und sagen, was kann man mit starken journalistischen Orientierung bietenden Marken tun und daraus dann Geschäft entwickeln. Das ist ein etwas anderer Ansatz, als zu sagen, ich mache jetzt die 344. Zeitschrift und bin darüber froh, dass ich da heute nicht mehr 100.000 Auflage mache, so wie vor zehn Jahren, sondern eben nur 10.000. Das ist auch ein Weg, das ist auch Innovation, aber es ist für mich halt nicht die Innovation, die wir für eine Burda News uns eigentlich vorgenommen haben. Also im Zweifel würden Sie nicht noch eine weitere Zeitschrift gründen, sondern sagen, was finde ich links und rechts des Weges für Möglichkeiten, journalistische Kompetenz zu vermarkten? Das will ich so nicht sagen. Glücklicherweise gibt es nie die Situation, wo es nur 10 Euro zu verteilen gibt und dann kann man nur eins von beiden machen. Wir machen in der Regel beides. Innerhalb der Burda News Gruppe haben wir auch neue Zeitschriften gegründet. Eine war ein Misserfolg, GRIP, wo wir quasi aus dem Fernsehen kommen. Die Kollegen von Burda Studios produzieren ja GRIP. Und daraus haben wir gedacht, machte es doch Sinn, eine Zeitschrift zu machen. War auch nicht unerfolgreich. Eine Motorzeitschrift. Eine Autozeitschrift, monatlich erscheinend. Wir haben nur die werbetreibende Industrie. Nicht mit einem x-ten Exemplar, das sich mit Autos beschäftigt, überzeugen können, bei uns so ausreichend zu werden, dass es sich gelohnt hätte. Aber im Vertrieb waren wir nicht unerfolgreich. So, trotzdem haben wir es dann irgendwann eingestellt. Ein anderes tolles Beispiel, finde ich, ist ein kleiner Diamant, sage ich mal, ist unser Freemans Vault, das Abenteuermagazin. Mittlerweile mehrfach kopiert im Deutschen Zeitschriften macht, meines Erachtens qualitativ nicht erreicht. Wo wir uns tatsächlich inhaltlich weiterentwickelt haben und auch gesagt haben, da kann man mit Qualitätsjournalismus tatsächlich Geld verdienen. Und da braucht man halt dann auch manchmal Durchhaltewillen, weil wir nach mehreren Jahren jetzt wirklich, gerade das letzte Jahr mit 2018 hervorragend gut abgeschlossen haben und freudig erregt sozusagen in die Zukunft mit diesem Thema gucken. Was funktioniert da? Der Vertrieb, also das klassische Geschäft, dass der Leser es bezahlt oder, was ja auch wichtig ist, der Anzeigenkunde? Gibt es also immer mehr Leute, die sagen, es sind wohl etwas ältere Männer, die nochmal Abenteuer erleben wollen und die sagen, so, ich besteige jetzt ein Werk, den ich zumindest noch nie bestiegen habe und dann die passende Ausrüstung dazu finden Sie auch. Also müssen Sie dann so einen Trend erwischen und den dann gut vermarkten? Ja, also bei Freemans World wenden wir uns ja unisex an alle, ich sag mal ab 35, 39, 40, die über ausreichend finanzielle Möglichkeiten verfügen, aber zu wenig Zeit haben, ihre Abenteuergelüste tatsächlich auszuleben. Das heißt, man liest es und macht es gar nicht? Oder findet Anregungen für die Zeit, wenn man... So wie Kochsendungen ja oft geguckt werden, ohne dass man es kocht. Das kann sein, ja, aber hier ist es tatsächlich so, dass es damals der Andreas Mayer und ich beide fast zeitgleich die Idee für so ein Magazin hatten, weil wir beide gesagt haben, Mensch, wir haben einfach so viele Ideen, was man alles machen könnte, hätte man denn die Zeit. Und mal vorauswärts, wir hätten auch das Kleingeld, das ein oder andere zu realisieren, aber es fehlt einem einfach die Zeit. Aber darüber gerne zu lesen, das täten wir beide gerne und da fanden wir, dass es im deutschen Zeitschriftenmarkt zu wenig gäbe und haben damals diese Zeitschrift aufgebaut. Und da ist es tatsächlich so, dass wir bei einem so kleinen Titel natürlich nicht unendlich viel Marketing dafür machen können, also bezahlte Werbung. Also könnte es im Vertrieb durchaus besser gehen, weil nicht jeder findet diese Zeitschrift im Kiosk, weil auch nicht jeder Kiosk es anbietet. Aber das Anzeigengeschäft entwickelt sich erfreulich. Und da das so eine Zeitschrift ist, die sich über Mondpropaganda verkauft und weiter vertreibt, steigen sukzessive auch die Leserzahlen und damit die Abverkäufe im Grosso. So, dass wir eigentlich in Summe damit sehr zufrieden sind und da eigentlich auf eine gute Zukunft gucken. Aber auch da ist es so, man braucht ein bisschen Geduld, die richtige Idee und dann auch den Mut, das so durchzusetzen. Auch durchzuhalten mal, wo dann unsere Wettbewerber auf die Idee kamen, ähnliche Zeitschriften auf den Markt zu bringen. Aber ich glaube, auch da ist es so, wie überall im Leben, Qualitätssätze auf die Dauer durch. Und wir haben halt eher auf die Qualität gesetzt und eben die notwendige Geduld gehabt. Und da muss man meinem Arbeitgeber danken, dass wir uns diese Geduld auch geben. Gut, also Sie machen auch weiter gelegentlich neue Zeitschriften. Ist ein stärkerer Trend die Line Extension, dass Fokus noch eine Tochter, noch eine Tochter kriegt? Naja, Sie sprechen jetzt an, wir haben natürlich einige Line Extension. Die erfolgreichste ist natürlich Fokus Money, die es seit vielen, vielen Jahren gibt. Wir haben dann später Fokus Spezial, Fokus Gesundheit, Fokus Diabetes und neuerdings Fokus Business gegründet. Immer mit einem sehr klaren Fokus, es nicht als Standalone Printprodukt zu haben, natürlich mit einer entsprechenden digitalen Ausdrucksweise oder Ergänzung, sondern mit einem ganz klaren Ziel, dem Leser oder dem Nutzer Orientierung in anderen Fragen zu geben. Also Thema Fokus Gesundheit ist ein Sammelbecken für das Thema, wir wollen die besten Listen im Ärzte- und Krankenhausbereich etc. machen, also im medizinischen Umfeld und dafür brauchen Sie natürlich eine Printentsprechung. Da ist aber quasi erst die Idee gewesen, lass uns über rubrizierten Inhalt, sprich Listen, einem Leser Orientierung bieten. Und wie tue ich das am besten? Indem ich halt A, diese Datensammlung habe und die verwerte ich dann printmäßig und später dann zum Beispiel über eine digitale Arzt-Suche auch im Portal. Das ist ja praktisch eine Kern-DNA von Fokus, dass diese Ärzte listen. Was ist der richtige Arzt für mein Knie, für meinen Knorpelschaden? Das war früher im Fokus drin und das klassische Modell war, glaube ich, dass halt das so attraktiv war, dass die Leute es gekauft haben und vielleicht noch passende Anzeigen dazu kamen, wenn man sagt, die Leute sind an Medizin-Themen interessiert. Heute geht es nach unten mit den Auflagen. Überall haben Sie jetzt da eine neue Geldquelle gefunden. Ich weiß, dass Sie es gefunden haben, das sogenannte Siegelgeschäft. Können Sie uns dazu was erzählen? Sie verkaufen Siegel, wenn jemand ein gutes Testergebnis hat. Ja. Wir werden dafür immer mal wieder von der einen oder anderen Seite kritisch beäugt, wie man bei uns zu einem Siegel kommt. Aber wir können immer wieder versichern und natürlich auch nachweisen, dass im zum Beispiel medizinischen Bereich wir niemals von irgendeinem Arzt, der gerne auf einer solchen Liste erscheinen würde, Geld nehmen würden, damit er da erscheint, geschweige denn, gar kein Geld nehmen und ihn auch draufsetzen. Also ich glaube, gerade bei diesem so wichtigen Thema wie Gesundheit ist Vertrauen und Glaubwürdigkeit das A und O. Deshalb legen wir gesteuerten Wert darauf, dass wir erst eine solche Erhebung machen. Und diese Erhebung machen in diesem Fall auch nicht wir, sondern es macht eine unabhängige Datenredaktion nach ganz klar formulierten Richtlinien und Maßstäben, die sehr aufwendig sind, jedes Jahr wiederholt werden. Deren Ergebnis publizieren wir. Und darüber informieren wir diejenigen, die bei uns in der besten Liste erscheinen. Und bieten ihnen dann an, wenn sie denn damit auch selber werben wollen, dann dafür natürlich eine Entschädigung, sprich einen Siedelerlös an uns zahlen zu müssen. Ich glaube, dasselbe macht Stiftung Warentest und Öko-Test auch, oder nicht? Richtig, ja. Aber nicht im medizinischen Umfeld in dem Maße, wie wir es tun. Und wir entwickeln uns natürlich auch weiter, dass wir andere Branchen testen, dass wir den besten Arbeitgeber auszeichnen, gemeinsam mit unserem Datenlieferanten, Statista und so weiter. Und gibt es das Fokus Gesundheit, also hauptsächlich dafür, dass Sie ein Print haben für diese Ärztenlisten? Und Kliniklisten. Und Kliniklisten. Und warum brauchen die das weiter gedruckt? Weil Ärzte suche, wenn ich was suche, suche es ja digital. Wofür brauchst du dann noch Print? Naja, also natürlich wäre es die Möglichkeit, es nur digital zu finden, ist vielleicht auch irgendwann mal die Zukunft. Nichtsdestotrotz gibt es ja so viele spannende Themen rund um Medizin, dass es auch durchaus einen Markt dafür gibt, für Menschen, die sich darüber informieren wollen und nicht selbst Arzt sind oder in medizinischen Heilberufen arbeiten. So, das ergänzt, also das Interesse von Menschen an medizinischen Themen, plus das Siegelgeschäft, wo sie natürlich Auflagen produzieren müssen, weil der Arzt, der ausgezeichnet worden ist, die Klinik, die ausgezeichnet worden ist, hätte gerne eine bestimmte Menge an Belegexemplaren, mit denen sie wiederum dann ihre Wartezimmer bestücken oder ihre Anteilseigner beglücken, etc. Wofür sie wiederum Print brauchen. Und da ist Print natürlich Ausweis dessen, was man erreicht hat. Und so ein Siegel ist ja durchaus ein Ausweis. Worauf ich aber in dem Zusammenhang immer gerne wieder hinweise, ist, dass die Bedeutung von Ärzte-Siegeln oder Kliniklisten gar nicht hoch genug geschätzt werden kann. Wir alle haben vielleicht schon mal mit dem Knie Probleme gehabt. Hier in München gibt es viele, die Skifahren und kommen dann irgendwie mit dem Kreuzbandriss wieder zurück. Werden in Österreich dann eben mal ganz kurz neben der Piste schon operiert. Hier würden die Spezialisten vielleicht sagen, warte doch erst mal. Aber die wirkliche Frage, was muss ich eigentlich tun, um mich optimal versorgt zu wissen, dafür gibt es eigentlich in dem Moment, wo Ihnen was passiert, kein anderes Hilfsmittel außer unsere Liste. Weil Sie können jetzt natürlich auf irgendwelchen Portalen nachschauen, wie dann jetzt andere Patienten den Zahnarzt beurteilt haben. Kann jetzt aber der Patient, der jetzt gerade da war und die Spritze war gut gesetzt, beurteilen, ob der Zahn so gut behandelt worden ist, dass eben nicht in fünf Jahren eine Wurzelbehandlung notwendig ist oder nichts. Das kann er in dem Moment nicht beurteilen. Und in fünf Jahren wird da immer noch nicht den ursächlichen Bezug zu der damaligen Behandlung wirklich feststellen können. Wir hingegen können aber durch dieses Erhebungsverfahren sehr neutral feststellen und sagen, so und so viel Prozent der Fälle, die sich von dem Arzt danach operieren lassen oder in der Klinik mit der und der Erkrankung, haben danach das und das eben nicht an Nebenwirkungen oder an Folgeschäden. Und dass das durchaus mal existenziellen Charakter haben kann, kann man sich vorstellen, je ernster die Erkrankung ist. Aber es fängt halt eben schon bei der Beniskus-Operation an, sollte man im Zweifelsfall immer lieber bei dem Richtigen machen. Wir alle wissen, wenn es um Gesundheitsfragen geht, sind wir Deutschen besonders empfänglich. Und ich glaube einfach, dass wir da Orientierung bieten und von keinem Nutzer quasi heute Geld nehmen, sondern lediglich uns dadurch finanzieren, dass wir denjenigen, die wir auszeigen, die Möglichkeit bieten, dafür, wenn sie denn damit werben wollen, auch Geld zu bezahlen und damit diesen ganzen Service finanzieren, das wird eigentlich immer noch unterschätzt. Und ich weiß, wen ich heute anrufen würde oder wo ich nachgucken würde, wenn ich vom Arzt komme und eine bestimmte Diagnose hätte, wo ich nachgucke, wo ich jetzt mich am besten weiter behandeln lasse, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich geheilt oder am besten behandelt werde, dadurch am größten ist. Und diese Orientierung ist eigentlich die vornehmste Aufgabe vom deutschen Journalismus oder vom Journalismus überhaupt, den Menschen Orientierung zu geben. Und nichts anderes tun wir durch solche Listen. Aber es ist natürlich auch die vornehme Aufgabe dieser Siegelkäufer dann, das Geschäft von Burda am Laufen zu halten, sprich den Journalismus zu finanzieren. Ist das denn schon ein, trägt das zur Gesundung bei, bei Fokus, diese Listen? Wie viel Umsatz machen Sie damit? Ist das auch ein Ersatz für das, was verloren geht im Vertriebsmarkt oder auch im klassischen Anzeigenmarkt? Auf jeden Fall. Sie wissen ja, dass wir bei Burda ungern immer über das Vermögen unseres Verlegers oder der Familie sprechen. Deshalb erlauben Sie mir, wenn ich das mal so indiziere. Aber wir sind heute im reinen Siegelumsatz, mittlerweile im achtstelligen Bereich. Das heißt mehr als 10 Millionen? Zum Beispiel. Pro Jahr? Pro Jahr, klar. Okay, das ist schon ein bisschen Geld. Und wird das weiter ausgebaut? Haben Sie da eine Goldader entdeckt mit dem Siegelgeschäft? Rollen Sie das jetzt auch auf andere Dinge aus? Was kann man alles? Sie denken dann Tag und Nacht drüber nach, was können wir besiegeln? Und ist das schon besiegelt, wo Sie als nächstes reingehen? Wir haben irgendwann mal entschieden, dass wir in der Burda News für alle anderen Marken, die wir hier in Deutschland machen, so eine Art Center of Competence bilden. Und wenn andere Marken Interesse, was zu machen haben, also auch ein Siegelgeschäft gerne machen wollen, also ich sage jetzt mal zum Beispiel die Zeitschrift aus Offenburg, mein schöner Garten, da liegt es nahe, mal die Gartencenter in Deutschland zu untersuchen und auf Qualität zu prüfen. Das haben wir dann gemeinsam mit denen gemacht und sie beraten, wie man dieses Siegelgeschäft aufbaut. Und haben wir quasi neben unserem eigenen Siegelgeschäft unter der Marke Focus dieses Geschäft aufgebaut. Oder wir haben irgendwann mal, als wir anfingen mit dem Siegelgeschäft, weil Focus Money waren ja die Ersten, die das entwickelt haben, noch in den 90er Jahren, irgendwann ja auch mal festgestellt, dass man unter der Marke Focus jetzt nicht Waschmaschinen testen kann oder Dating-Plattformen. Das passt irgendwie nicht zusammen, das erwarte ich nicht, wenn ich an Focus denke, dass ich da eine Dating-Plattform bewertet bekomme. Und haben dann zum Beispiel eine andere Marke entwickelt, nämlich den Deutschland-Test. Heute eine der fünf bekanntesten deutschen Testmarken, die wirklich alles prüfen können. Und das tun die Kollegen bei Focus Money sehr intensiv. Und wir tun es halt auch in diesem Center of Competence für andere Marken, wie auch ein Playboy oder eben wie zum Beispiel für mein schöner Garten, für eine Freundin, für eine gute Unko. Ich teste dann bitte der Playboy. Dann gibt es ein Siegel für, ich erspare mir jetzt, was mir spontan einfällt. Ja, das freut mich. Der Playboy hat zum Beispiel jetzt gerade die Barbiere in Deutschland getestet. Also eben für die Männer-C-Gruppe. Genau. Also Focus macht das schon. Und dann gibt es eine Liste, und dann sind hunderte Barbiere, sind dann Empfehlungen. Also wie wollen Sie das machen? Inhaltlich können ja nicht alle Top sein, aber möglichst vielen wollen Sie ein Siegel verkaufen. Kriegt dann jeder Zweite das Siegel Top? Also wie heißen die dann? Deutschlands Top-Barbier? Zum Beispiel, ja. Und wie viele hunderttausend sind das dann? Die journalistische Leistung im Vorfeld, die Kriterien und den Maßstab zu entwickeln, wonach man beurteilt. Und daraus natürlich auch noch zu sagen, wann ist einer gut? Da wird ja nicht wie in der Schule gemessen, eins bis sechs, sondern im Zweisfall wird gesagt, kann er das, kann er das nicht. Was sagen diejenigen, die sich dort haben, rasieren lassen oder frisieren lassen, ob sie zufrieden sind? Wiederkaufsquote, die ja nun auch für Zufriedenheit spricht. All diese Dinge werden miteinander gemixt, und daraus kommt man dann zu einem Ergebnis. Und die, die dann über eine bestimmte Schwelle gekommen sind, und der Gesamtpunktzahl, sage ich mal, werden dann ausgezeichnet. Und am Ende kommt raus, 50 Barbiere in Deutschland sind top, die können dann das Playboy-Top-Barbiere-Siegel kaufen, für teuer Geld nehme ich an. Also teuer ist bei uns gar nichts, das ist der Leistung angemessen. Also preiswert? Preiswert, günstig. Aber nicht billig? Genau, Sie sagen es. Was kostet das ungefähr, dass ich so ein Siegel-Siegel schelle? Ein paar hundert Euro in diesem Fall. Es muss ja immer zu dem jeweiligen Umsatz des Unternehmens passen. Also würde eine Klinik immer mehr bezahlen, als ein niedergelassener Arzt. Und so viele Barbiere gibt es in Deutschland nicht, dass Sie so viele auszeichnen können. So, dementsprechend ist dann auch der Preis etwas niedriger, weil die Umsätze pro Jahr natürlich auch etwas niedriger sind, als in einer anderen Branche. Wie viele Leute arbeiten in dem Kompetenzzenter? Das sind jetzt an die 50. Und das sind alles Vermarkter, die versuchen dann diese Siegel zu verkaufen? Oder sind da auch die Journalisten mitgezählt oder die Datenexperten, die das erheben? Tatsächlich sind die Journalisten der größte Prozentsatz. In den kaufmännischen Bereichen, wo die Datenerhebung ermittelt wird, plus der Vertrieb, das sind 30 zu 20, also 30 Journalisten und 20 Kaufleute. Kaufleute und Analysten und Vermarkter. Okay. Verraten Sie uns, was das nächste Siegel sein wird, an dem Sie arbeiten? Oder eins, das Sie verworfen haben, wenn Sie sich nicht trauen, es zu sagen. Worüber denken Sie nach? Ach, wir denken eigentlich über jede Branche nach. Mein Traum, wenn ich eine Vision äußern dürfte, wäre tatsächlich, dass es irgendwann die Fokusliste gibt, wo es keine Branche gibt, die wir nicht getestet haben. Wie so eine Art Helfershelfer des Konsumenten, der morgens aufsteht und feststellt, er braucht eine neue Heizung und an wen wendet er sich jetzt? An welchen Handwerker kann er sich wenden? Oder der ein älteres Auto hat und sagt, zu welcher Werkstatt gehe ich denn? Und heute gehst du immer zu deinen markenbezogenen Werkstätten. Was teuer werden kann. Was teuer werden kann, aber auch bei den anderen, die vielleicht nicht markenbezogen sind, kann es teuer werden. Im Zweifelsfall ergibt es heute keine Instanz, die mir als Konsument sagt, da ist es gut, außer ich gucke auf irgendwelche Social-Media-Seiten oder auch auf Google, wie die bewertet worden sind. Das mag ein Teilkriterium sein, ein versachlicher Maßstab fehlt mir damit auf jeden Fall. Und das gibt es für alle Handwerksberufe nicht, es gibt es für alle Dienstleistungsberufe nicht. Und wir versuchen bei Focus natürlich mit diesen unterschiedlichen Absendermarken, Deutschland Test, Focus Money, Focus aber auch natürlich mit anderen Marken von Borda, da sukzessive eine Menge an Tests auf den Markt zu bringen, die uns als Konsumenten da helfen. Und das ist eigentlich endlos ausbaubar, solange man irgendwann vielleicht auch mal den Vorsatz verlässt, bestimmte Tests gar nicht mehr verkaufen zu wollen, weil es da eh keinen Käufer gäbe. Okay, endlos verlängerbar heißt, in drei Jahren machen Sie doppelt so viel Umsatz damit. Das wäre schön. Das wäre ein Ziel. Das wäre ein Ziel. Okay, aber es gibt auch noch das klassische Anzeigengeschäft, da sind Sie auch zuständig. Wir waren jetzt bei dem Beispiel, was man aus Focus noch alles machen kann. Sie sind zuständig dafür, dass in Borda Anzeigen, wie heißt das Ding, BAC heißt? BCN, Borda Community Network. Das heißt, Sie vernetzen eine Gemeinschaft. Womit? Mit Ihren Lesern? Mit unseren Lesern. Mit dem Konto von Herrn Borda. Zum Beispiel auch, aber auch vielleicht erst mal mit den Ausgaben, die dann die unterschiedlichen Verlage produzieren, dadurch, dass sie halt einfach Zeitschriften machen. Aber wir sind natürlich nicht nur analoger Anzeigenverkauf, wir sind ja auch digitaler, also sind heute sicherlich einer der führenden crossmedialen Vermarkter in Deutschland. Wir vermarkten ja nicht nur die Borda Produkte, für auch andere Dienstleister oder für andere Verlage oder andere Häuser sind wir tätig, ihre Content-Marketing-Produkte zu vermarkten oder eben ihre Verlagsprodukte. Wir wollen das auch weiter ausbauen, aber unsere Kernkompetenz ist tatsächlich, wie bringt man am besten Anzeigenseiten oder Werbezeiten online an die Kunden. Da hat ja Ihr Chef Philipp Welte, der Sie auch, glaube ich, auf den Job gesetzt hat, kurz bevor Sie angefangen haben, gesagt, das Geschäft ist total versaut, weil es zu viel Inventar gibt. Also es gibt zu viele Stellen, an denen Anzeigen verkauft wird. Und wir sind da gerade im Vergleich zu Google und Facebook, zu absoluten Zwergen geschrumpft und er klang ziemlich verzweifelt, als er sich dazu gemeldet hat. Haben Sie jetzt irgendwie ihm in den letzten zwei Jahren da neue Hoffnung geben können? Das ist ja ein Trend, der leider branchenweit ist und weltweit. Wir haben mit jedem Jahr weniger Umsätze in diesem Bereich zunächst einmal leben müssen. Wird sich das irgendwann umkehren? Ich bin nun leider keiner, der eine Glaskugel hat, an die er gucken kann und da das Ergebnis ablesen kann. Ich bin nur davon überzeugt, nicht nur, weil ich es verkaufe und in diesem Bereich tätig bin, wie wichtig im Mediasplit-Print tatsächlich ist. Unsere Kollegen von der Marktforschung werden nie müde, das zu beweisen. Und umso überraschter ist man dann als Verkäufer, aber auch selber als derjenige, der ja nun Zeitschriften produziert oder andere digitale journalistische Erzeugnisse, wie selten die Industrie auf diese Logik der Marktforschung setzt, sondern eigentlich Pferde reitet, die schon lange tot sind. Und jetzt werden Sie sagen, Print mag doch tot sein, darüber redet Krassmann jetzt nicht. Ich meine über manche digitale Werbung, die heute eingekauft werden, wo Sie keinerlei wirkliche, valide Informationen haben, ob sie denn wirkt oder nicht und in welchem Maße. Wenn ich mir heute anschaue, wie zum Beispiel TV-Werbung abgerechnet wird über ein GfK-Panel von ein paar tausend Haushalten, wo Sie eben nicht analysieren können, ob der Haushalt, der da angeschlossen ist ans Panel, nun gerade im Wohnzimmer war, wo der Fernseher lief oder eben nicht. Das genügt vielen Menschen heute immer noch, an Marketingentscheidender oder Controlling-Stelle Milliarden von Euros auszugeben, wohingegen bei Print alles wirklich bis ins letzte Detail doppelt gemessen wird. Die IVW prüft uns, wir haben zum Beispiel eine MA, die uns prüft, eine LAE, die uns prüft, wie wir bei Entscheidern gelesen werden und so weiter. Also es gibt doppelt und dreifache Sicherheit, wenn ich in Print investiere und es gibt die Marktforschung, dass sie wirkt und gleichzeitig den Trend lieber in Medien zu investieren, in einer Botschaft, wo ich eben nicht weiß, wie viel Geld eigentlich durch den Schornstein verraucht ist, weil ich eben keine valide Information habe, wie es wirkt. Das ist was anderes, wenn ich direkt am Point of Sale werbe, was jetzt Amazon neuerdings anbietet und die Zahlen, die dort ja nun schon in den ersten Monaten erreicht worden sind, sind ja wirklich verblüffend, aber auch nicht überraschend, wenn ich ein Produkt anbiete, wo ich mich am Point of Sale, wo der Kunde sich entscheidet, anbiete. Auf der Online-Seite von Amazon. Auf der Online-Seite, genau. Und deshalb, ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen, dass Print einfach ein extrem wichtiger Bestandteil im Marketing-Mix ist, der momentan leider von vielen Entscheidern unterrepräsentiert ist oder unterschätzt wird. Und die Botschaft höre ich wohl. Allein ich höre auch andere Botschaften. Verlage sind ja auch meine Kunden. Turi 2 Edition zum Beispiel, Anzeigen. Da kann man auch Anzeigenseiten kaufen. Man kann Videos kaufen. Man kann Online-Werbung machen. Man kann bei einem Event mit einsteigen. Wir bieten ja auch alles an. Und wir hören immer wieder von Verlagen. Ja, was gibt es denn außer der einfachen, was ist der Mehrwert? Also, und oft genug hört man, naja, mit dem Etat steigern können wir nicht. Mit dem Etat wollen wir lieber weniger Print machen, mehr Video. Lass uns was Cooles, Digitales, Neues machen. Das ist doch ein Trend, den Sie auch haben. Also, keiner will mehr die blanke 4C-Anzeige kaufen. Müssen Sie nicht auch Print einbinden an das? Sie machen ja auch viele Dinge, Events und so weiter. Also, was Sie jetzt das Plädoyer, was Sie gehalten haben, und das nehme ich Ihnen ab, dass Sie das halten und dass Sie das halten müssen auch. Aber die Realität sieht doch auch so aus, dass die Kunden Neues verlangen. Klar. Und was bieten Sie da? Ja, der Nachteil ist, und Sie brichen das ja leider auf den Punkt, dass wir für immer weniger Umsatz immer mehr leisten müssen. Richtig. Aber am Ende des Tages läuft alles auf die altbekannte 4C-Anzeige hinaus, sei es nun digital oder Print oder auf das Commercial. Was ist ein Commercial im Social Media bei Instagram anderes als ein Commercial im TV? Eigentlich gar nichts. Nur die Länge und tatsächlich die Viralität und die Menge, die dann dieses Video sehen. Wir müssen auf zwei Trends in der Industrie, in der Werbeindustrie reagieren. Das eine ist das automatisierte Buchen, also Programmatic, wo immer mehr Kunden dazu übergehen, entweder über Agenturen oder über eigene Abteilungen, sich die Werbezeiten so einzukaufen, wie sie wollen. Das ist aber digital und online? Das ist digital, aber auch zunehmend Print wird das eine Rolle spielen. Okay. Und das andere Thema ist Individualisierung und das ist das, was Sie ansprechen. Der Kunde erwartet von uns heute eine kreative Idee, fast wie eine kleine Werbeagentur, wie wir sein Problem oder welche Herausforderungen er ohne uns auch immer in einem Briefing gegeben hat, zu lösen. Und das müssen wir sowohl redaktionell, Umfelder als auch durch entsprechende Anzeigenplätze mit irgendeiner kreativen Idee verbunden lösen. Das heißt, Sie arbeiten ein bisschen wie eine Agentur? Mittlerweile, ja. Und das aber ohne, dass Sie wie eine Agentur bezahlt werden, sondern Sie machen das sozusagen, um weiterhin im Geschäft zu bleiben. Sehr richtig. Gut, es gibt dann natürlich auch genügend andere Werbeformate, die wir entwickeln. Ein klassisches Wort ist hier das Advertorial, Native Advertising, wo mir sehr gut gefallen hat, was Jean-Rémy von Matt mal gesagt hat, zu Native Advertising sei ja nichts anderes als Schleichwerbung. Hat er ja nicht ganz Unrecht. Aber all diese Themen müssen wir inszenieren und bringen, um genau dann beim Kunden heute den Euro locker zu machen. Und das ist ein Mehraufwand, den man treibt. Und da entwickelt man sich zumindest in Teilen des Verkaufsapparates immer mehr zu einer Art Agentur. Wir haben eine eigene gegründet, ja mit unserer Schwesterfirma C3, die ja für Content-Marketing steht, Be Famous. Und wo wir viele kreative Ideen wie eine Werbeagentur auch entwickeln. Da fließt dann ganz vieles zusammen, was früher dann vielleicht Werbung hieß oder Event hieß. Burda hat ja traditionell Veranstaltungen inszeniert. Also Philipp Welte sagt schon immer, du musst eine Bühne bauen für deinen Kunden und ihn glücklich machen auf dieser Bühne. Auf welche Bühnen bringen sie denn die Kunden in Sachen Event? Ist das zu beobachten, dass immer stärker man sieht, welche Automarke die Stars, die dann anfahren, zum Beispiel welche Automarke die benutzen? Also geht das nicht alles in Richtung tatsächlich, wie Jean-Rémy von Matz sagt, in Richtung klassisch gesprochen Schleichwerbung? Ist nicht alles auch, was bei Influencern passiert, Schleichwerbung? Ja, ich glaube, der Schritt liegt schon hinter uns. Ich glaube eher, dass heute viele der Werbetreibenden, die im Eventbereich sich tummeln, sehr inhaltlich getrieben sind. Also wir haben zum Beispiel beim Fokus eine Eventreihe, der nennt sich Fokus Inner Circle und haben jetzt einen Fokus Inner Circle, eine Reihe zum Thema Mobilität, neue Mobilität begründet, wo wir Unternehmen die Möglichkeit bieten, natürlich auch zu sponsern. Die sind aber weniger an dem Logo auf irgendeiner Wand interessiert, als dass sie mitsprechen können, welche Themen wir dort diskutieren lassen, also live Entertainment machen. Wobei es ihnen gar nicht darum geht, was man dort sagt, sondern vielmehr, dass darüber gesprochen wird. Und ich sage mal, wir sind ja nun auch sehr innovativ, immer als Marke Fokus zum Beispiel dann gewesen, die Zweiradmobilität, E-Bikes und Code weiterzuentwickeln, auch zu testen im Übrigen. Und hier mit Partnern darüber dann zu reden, weil wir alle der Meinung sind, wie wichtig dieses Thema in die Köpfe, also damit das Thema neue Mobilität in die Köpfe kommt, sei es Carsharing oder wie müssen sich Mobilitätskonzepte in Kommunen weiterentwickeln, um dem Verkehrsinfarkt zu begegnen. Was ist wirklich zu behalten von diesen Dieselfahrverboten, von einer Tempobegrenzung auf deutschem Autobahn? Und da eine inhaltliche Forum zu entwickeln, daran haben viele Unternehmen ein Interesse, weil sie einfach sagen, das entwickelt ihr eigenes Geschäft ebenfalls weiter, weil es eine Akzeptanz plötzlich schafft, ein Verständnis bei den Lesern, bei den Zuhörern, bei den Besuchern der Events für dieses Thema. Und das ist, glaube ich, die höchste Form des Sponsorings, gar nicht selbst in Erscheinung zu treten, aber eine intellektuelle Welle, einen Erkenntnisfortschritt mitzuhelfen, aufzubauen. Agenda-Setting auch ein bisschen. Ja, absolut. Also ich setze die Themen. Das heißt, der Werbekunde zielt nach wie vor, wie er es schon immer gemacht hat über die PR, über die Pressestellen, über Pressearbeit, er zielt weiterhin auf Redaktion. Es ist schon was Besonderes, redaktionell vorzukommen und er zahlt da über Umwege. Letztendlich zahlt er auch dafür. Absolut. Das ist der Trend, der ja auch ganz deutlich wird bei Instagramern, beim digitalen Marketing. Und da dürfen wir uns gar nicht mehr vormachen, dass die Dinge so sauber getrennt sind, wie sie eigentlich sein sollen? Also ich glaube, seriöse Medien werden auch... Wo sind die Grenzen? Die Grenze ist da, wo ich, was Native Advertising ist, nicht als solches kennzeichne. Und die Grenze darf man nicht überschreiten. Ich weiß, dass es eine Graufläche ist, aber bezahlte Redaktion muss auch als bezahlte Redaktion ausgewiesen werden. Und wenn es nicht bezahlt ist und der Sponsor dafür gesorgt hat, dass ein Thema diskutiert wird, dann muss natürlich auch auf der Bühne eigentlich, so wie früher im Print, das redaktionell bestimmt sein. Also der darf ja dann nicht als Sponsor noch dafür... Sie haben jetzt, glaube ich, eine Fahrradvertriebsorganisation als Sponsor für diese Diskussion. Es darf aber nicht immer rauskommen, dass das Fahrrad die Lösung für alle Probleme ist. Sehr richtig. Die Redaktion muss frei bleiben, auch ergebnisoffen sein. Wie müssen dann Journalisten heutzutage aus Ihrer Sicht sein? Sie sind auf der anderen Seite. Sie gucken da drauf aus der Vermarktersicht. Der Journalist sollte, müsste, ist entscheidend eigentlich, dass er zwar offen ist für Anregung, aber dann seine Linie durchzieht und nicht den Kunden bevorzugt. Ja, wertfrei, wertfrei sich mit den Themen beschäftigt. Und wie heißt es so schön, ein Journalist muss sich für diese Themen alle interessieren, offen sein, aber sie wertfrei präsentieren. Und es ist ja auf so einer Bühne nicht entscheidend, welches Fahrrad jetzt das Richtige ist. Soll überhaupt sich über Zweiradmobilität, E-Mobilität im Zweirad zum Beispiel, aber auch über das Thema Zweirad in dem Wechselspiel mit allen anderen Verkehrsteilnehmern eine Meinung bilden zu können. Das heißt, dass man wertfrei darüber berichtet, aber dadurch natürlich ein Thema gesetzt hat, Agenda-Setting hatten sie es genannt. Und das muss die gute alte Ausbildung des Journalisten, nämlich wertfrei zu berichten, aber so sachlich korrekt wie möglich mit Abwägung aller Fakten, die er sich angeschaut hat, wie wir es alle kennen und schätzen. Sind die Verlage, die klassischen Verlage, die diese Trennung gelernt haben, auch wenn es immer Überschreitungen gegeben hat, aber diesmal gelernt haben wenigstens, sind die da nicht auf verlorenen Posten gegenüber einer Welle von jungen Leuten, die jetzt zum Beispiel, wenn sie Follower haben und Produkte kriegen, überhaupt nicht erst mal das Problem sehen und sagen, ja, ich bin ja Inszenierung, ich bin ja, ich bin einfach mal ein Star und ich kann hier machen, was ich will, was ja auch rechtlich nicht mehr geht. Aber die Frage von mir ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber die Frage von mir ist, sind die Verlage nicht auf verlorenen Posten, wenn sie sich anpassen an diese neuen Trends? Wenn sie aber mitmachen, sind sie natürlich die Ersten, die auch ihre eigene Glaubwürdigkeit, also ist das nicht ein bisschen ein aussichtsloses Match? Da kommt ein Drang der Industrie, der Marken reinzukommen in die Redaktion. Sie haben immer mehr Hebel auch da reinzukommen. Und was machen jetzt die Journalisten oder die Verlagsleute, die die alten Tugenden hochhalten wollen? Nein, gut, diese Berufsgruppe nennt sich ja Influencer. Wenn wir das einfach mal ins Deutsche übersetzen, wollen sie Einfluss nehmen. Das unterscheidet sie von einem klassischen Journalisten, der informieren will, vielleicht auch Einfluss auf Entscheidungen nehmen möchte, indem er informiert, aber da ist das Informations-Sendungsbewusstsein ja ein ganz anderes als jemand, der sich so nennt, dass er Einfluss nehmen will, damit jemand idealerweise nicht nur auf ihn hört, er ihn bekannt macht, indem er ihn followt und dann am Ende des Tages vielleicht auch die Produkte kauft, für die er Einfluss nimmt. Das ist für mich ein ganz anderes Berufsbild, was leider heute in der Wahrnehmung auch sehr verfließt. Und damit auch gleichzeitig das Problem für die Zukunft dieser Berufssparte spricht, weil irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich mich eben von jemandem eben nicht richtig informiert fühle. So, was sind sie anderes als Werbeikonen irgendwelcher Hollywoodstars für irgendwelche bekannten Konsummarken, die ich auch deshalb konsumiere, weil sie mir diesen positiven Image-Transfer aus dem Film auf das Produkt, auf das Parfum, auf den Alkohol liefern. Und damit natürlich nicht sachfrei mehr wirklich oder wertfrei informieren. Und ich glaube, als das sollten wir sie sehen. Sie sind Werbefiguren und sie sind eben nicht das, was früher vielleicht ein Egon Erwin Kisch war, der rasende Reporter, der über Sachen geschrieben hat, die ihn faszinieren, interessieren und darüber er sich äußern wollte, sondern die eben eigentlich nur daran Interesse haben, ein größtmögliches Maß an Öffentlichkeit zu generieren, um damit dann ihr Geld zu verdienen. Aber indem sie eben nicht ehrlich darauf hinweisen, dass die Produkte, die sie nutzen, dafür bezahlt werden, sondern eigentlich sind sie nichts anderes als Werbefigur. Beim Eventgeschäft drängen ja jetzt auch die Marken rein. Also Otto hat eine Tochter, About You. About You hat den Influencer-Preis erfunden, hat damit, am Anfang hat es keiner verstanden, was das sein soll. Jetzt sieht man, klammeröse Veranstaltungen, über die dann auch die Bunte und andere berichten. Jetzt machen sie als nächstes About You ein Festival, ein Musikfestival. Also in Sachen Events sind die Verlage, auch Burda hat Tradition, aber kriegt Konkurrenz auch von den eigenen Kunden oder von den Kunden. Macht Ihnen das Sorge oder sagen Sie, ist halt so, wo ist die Zukunft der Verlage, wenn die Marken alles selber in die Hand nehmen schon inzwischen? Ja, ich glaube einfach, wer stillsteht, verliert. Also wir sind in einem wahnsinnig schnell sich drehenden Karussell, wenn man im Medienumfeld tätig ist. Und das Spiel muss man einfach mitspielen oder man geht lieber aus diesem Gespiel hinaus. Das ist einfach Kommunikation. Ich habe jetzt gerade wieder mal die Zahlen gesehen heute früh. Beispiel der Marktkapitalisierung von Apple 2003 im Verhältnis zu heute. Auch damals im Verhältnis zum Beispiel zu einem DAX-Wert wie irgendeinem Automobilkonzern. Damals haben wir Apple als Computerhersteller wahrgenommen und anfangs so ein bisschen mit iPod und iTunes. Heute ist es ein Kommunikationskonzern, der natürlich über seine Apps, über die Oberflächen durchaus in der Lage wäre, Medienpolitik zu machen oder eine Meinung zu machen, das aber ganz bewusst ja nicht tut. Wenn Sie sich andere angucken wie Facebook, die es 2003 so in der Form ja gar nicht gegeben hat, da sieht man diese wahnsinnigen Entwicklungen, die da mittlerweile innerhalb von Jahren möglich sind, aber auch gleichzeitig die Veränderungsnotwendigkeit für Mitarbeiter, für Menschen wie uns, die in dieser Branche tätig sind, sich mit zu verändern, anpassen zu müssen, um weiterhin auch in Zukunft Geld zu verdienen und Menschen Arbeitsplätze zu bieten und tolle, erlebnisreiche Marken irgendwie immer wieder neu zu inszenieren. Das ist halt täglicher Auftrag. Da kann man jetzt traurig drüber sein, aber das ist eigentlich schon der erste Fehler, darüber traurig zu sein. Man muss es einfach annehmen als Herausforderung, dann hat man eine Chance. Also Sie haben es nicht bereut, in einen Verlag zu wechseln? Nein, überhaupt nicht. Und allerletzte Frage, nochmal zum Thema Erfolg. Welchen Erfolg haben Sie sich noch vorgenommen im Leben, privat oder geschäftlich? Ja, da müssen wir jetzt sozusagen nochmal an den Anfang unseres heutigen Gesprächs zurück wechseln, weil natürlich habe ich mir noch viel vorgenommen und ich kann Ihnen gar nichts Konkretes benennen, aber sowohl im Privaten wie auch im Geschäftlichen gibt es so viel, was man noch machen möchte und erreichen möchte, dass es mir an Plänen wahrscheinlich nie ausgehen wird. Mehr Zeit für Segel? Das wäre auch schön.